jo leute ich bin felix und das ist meine youtube kanal ich bin jemand der auf lobeck unterwegs ist um nach schnäppchen aufschau zu halten heute erzähle ich euch welche schnäppchen ich im letzten flomark bzw in der letzten zeit gemacht habe jetzt go mal ein häppchen hier haben wir dieses spiel eine legende für alle die mario mögen mario super mario bros 2 für den nintendo 3d es hier ja coole edition auf jeden fall weiter zu empfehlen natürlich für jeden und ja das kann man 20 euro verlagen ich habe bezahlt dafür habe ich acht euro bezahlen so weiter geht's kontroller transparent und melancholikanten transport geht immer besser weg weil transparent irgendwie cooler ausschaut nö soll mal irgendwie die menschen früher gedacht haben transparent mehrwert deswegen hier die transparente karte habe ich kriegt für 2 euro kauf verkauft bis zu 10 euro das ding ist was besonderes das habe ich beide greifautomaten gewonnen und hier smartwatch mega cool nimmt auf jeden fall mit ich habe dafür einen euro bezahlt wegen karte dann war ich auf einem flohmarkt in augsburg habe ich dann dieses diesen stand gefunden in der letzte stand es war ein fuß drauf aber das war ein guter kauf für fünf euro habe ich das spiel gekriegt man kriegt ungefähr bis zu 15 euro dafür was scheiße seht ihr hier ist wurde rauf gekippelt das heißt wieder acht bis sieben euro dafür ich habe fast keinen gewinn das war ein fehlkauf habe ich erst jetzt bekannte marken die europa die kids geht immer gut weg weil man braucht die euro mitglieder werden easy gold für zwei euro das war die ganze funde bis jetzt aber die frage ist aber konnte ich hatte meine funden verkaufen tatsächlich stimmt es wirklich ich hatte meine wii spiele verkauft die ich hatte alle verkauft auf einmal für 15 euro pro stück plus ein nintendo ds spiele plus die eine popkommaschine verkauft das heißt es lohnt sich man muss geduld haben nicht am ersten tag gleich kommt ein kunde der sagt ich möchte alles kaufen das müsst ihr genau so wissen auch wenn ihr in ein geschäft einsteigt dein geschäft kann ich am ersten tag gleich 50.000 euro erzielen und das war es schon wieder mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen dann lasst ein like dein abo da und wenn ihr noch mehr tipps haben wollt zum flohmarkt hasseln oder auch mal vom profi also nicht ich will sagen dass es ich bin ein paar tricks haben wollt dann schreibt es doch gerne in die kommentare und wenn etwas glück könnt ihr seid dann ist er dabei wie ich auch wieder auf euren kanal reagiere bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne zeit euer felix hat jub Du schmeckst immer noch mein Lipgloss, wenn du sie küsst Können sein, dass ich dich noch vermiss, doch ich komm nicht zurück Wie ein Psychopath stehst du vor meiner Tür Doch ich mach nicht auf, weil ich nichts für dich fühl Du schmeckst immer noch mein Lipgloss, wenn du sie küsst Schaust sie an, siehst mein Gesicht, doch sie ist nicht wie ich Liegst in ihrem Arm, liest noch wie wir waren Doch du schmeckst immer noch mein Lipgloss, mein Lipgloss Ja du weißt, ich bin viel unterwegs, Kilometer weit in meinem Arm geh Geh vor die Tür, du kannst mich über...